Herzlich Willkommen bei unserem Pelzerstammtisch. Der Jester ist am Start und ich auch. Und wir kriegen ja immer Feedback zu unserem Podcast, finde ich auch gut. Also bitte schreibt fleißig in die Kommentare. Aber ich habe Live-Feedback gekriegt, wir sollen mehr Pelzisch retten, weil das wäre ja ein Pelzerstammtisch. Es ist natürlich schwierig, wenn die Aggie dabei ist, weil die Aggie ist zwar hier groß geworden, aber die rettet gar kein Pelzisch. Vielleicht ist die Aggie nächste Woche wieder dabei. Heute sind wir zu Swat und ich versuche mich jetzt Motra zu halten, weil wir kriegen ja auch extra ein Stammtischschild von der Jo. Für unseren Pelzerstammtisch. Aber wir sollen Pelzisch retten, hat sie gesagt. So, also Jessnan, sind wir ready für unser Thema? Und zwar, die Jessnan und ich haben uns überlegt, das Thema Sophia Thiel vs. Pamela Reif. Also das soll jetzt nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, jetzt nicht so aufgestachelt sei oder so, sondern einfach so unsere Meinung zu den beiden Damen und, 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 und. Und das Thema passt wunderbar zu den Jessnan, weil die Jessnan ist nämlich ein Pamela Reif-Fan, wenn ich das so sagen darf. Wollt immer so den Kalender von ihr, ach, ne, den Weihnachtskalender. Ich hab ihn irgendwie nie gekauft. Und Sophia Thiel, glaube ich, war schon auch so ein Fan. Ich weiß nicht, ob du noch bist, aber war schon auf jeden Fall, ne? Früher, ja. Ja, deswegen, ich übergebe direkt mal an die Jessnan jetzt. So wie nach alter Manier. Mo direkt an die Jessnan. Also, ja, ähm, ja, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfange soll. Ich fange mal an. Vielleicht mal ein paar Facts zu deiner Dame, wer die eigentlich sind, vielleicht für die Leute. Genau, also die Sophia Thiel war, ist, ich glaube, er war, die ist jetzt nimmer, glaube ich, nimmer so, war ja früher so eine Fitness-Influencerin, ich glaube, eine der ersten. Ja. Das ist schon 10, 12 Jahre her, Minimum. Zähne bestimmt. Und, ähm, ja, und die Pamela Reif ist die New Generation, würde ich wohl so sagen, von Fitness-Influencerin. Und, ähm, ja, ich, beide haben ja auch die Gemeinsamkeit, dass sie so gefühlt über Nacht berühmt geworden sind durch ihr Fitness-Kanal, nenne ich es jetzt mal so. Und, ähm, ja, also damals hatte ich, fand ich die Sophia Thiel total toll. Ähm, weil die war nicht zu dünn, nicht zu dick, die hat eine normale Figur gehabt, aber dann halt noch dieses Athletische, also das hat mir jetzt nicht so gefallen, das war jetzt nicht so mein Fall. Aber zu dem Zeitpunkt war sie auch noch ziemlich weiblich. Also da hat sie trotzdem noch sehr weiblich ausgesehen, obwohl sie konnte dann halt auch einen Rockatzi und sah noch und nackt eine Frau aus, ja. Das war aber auch noch ihre dünner, etwas dünneren Zeiten, weil jetzt sieht sie ja nimmer so aus. Ähm, genau. Und ich hab die, ich hatte auch damals ihr Programm gekauft, ne, weil mir sind ja hier die Programm-Damen, Weight Watchers lässt grüßen und so. Ja. Punkte zählen, äh, was weiß ich, was wir alle schon gemacht haben. Und deswegen hatte ich da so Interesse an der, weil ich fand auch immer, ich hatte auch immer so überlegt, dieses Size Zero da zu machen. Das war ja vom Julian Zietloh und seiner Frau. Okay. Aber allein schon dieses Wort, Size Zero, ich wusste, dass ich das sowieso nie schaffe. Mhm. Witzigerweise ist mir mal aufgefallen, weil ich hab jetzt so 32. Mhm. Ich hab jetzt eigentlich Size Zero. Ja. Es ist jetzt schon Zero, weil 34 ist 2. Also ich hab sowas, je nachdem, ne, wie die Hose ausfällt halt auch. Ja, stimmt. Aber voll witzig, ich hab das nie, ähm, ich wollte das nie machen, äh, weil ich immer gedacht hab, jo, das werd ich eh nie. Und ich konnte mich damals mit dieser Sophia Thiel dann doch etwas mehr, äh, identifizieren, weil die auch ein bisschen breiter von den Schultern und so ist, ne. Genau, und dann hab ich das da gemacht, aber irgendwie das Programm, das hat mir nicht so zugesagt, das war alles so Sport, 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 ja. Und immer so dieses, die waren ja damals auch alle so ein bisschen auch auf Fitnessstudio und so. Und ich war damals ja noch Tänzer und ich wollte gar nicht so diesen Musti, also ich will das auch heute noch nicht. Ich wäre gern definiert, hätte gern so einen schönen, hab ich jetzt, also er ist definiert, obwohl ich keinen Sport mache, äh, so einen schönen Bauch haben. Aber ich wollte jetzt nicht so wie so ein Muskelbrotz aussehen, weil ich eh klein bin und ich mag dieses breite Kreuz. Es ist jetzt schwarz, also es ist ungefähr ein Zentimeter pro Schulter, wo ich breiter bin als das Becken. Aber für mich ist das so viel. Ähm, ja. Ja, und da hatte ich mich einfach mit ihr besser identifizieren können. Aber das Programm an sich war jetzt eigentlich nichts für mich, bin ich ganz ehrlich, weil das war, manche Sachen fand ich ganz cool. Ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr ganz so gut daran erinnern. Es war halt auch viel, ja, so, ja, so weiß ich, so viel mit Eiweiß. Und ich konnte mich damals, ich konnte mich damit nicht identifizieren, einfach irgendwie auf Dauer, ja. Okay, ich habe zu ihr MoPafacts hier gegoogelt. Ja, also ich kann noch ein bisschen was sagen zu ihr. Ja, sag. Also gerade ihr Kanal zum Beispiel, und weil ich auch gesagt habe, so über Nacht, also ich weiß noch, da habe ich mal was von ihr gesehen, wie sie ja jetzt diesen Tiefpunkt hatte, von sich. Da hat sie dann gesagt, das war halt einfach auch psychisch, weil sie wurde ja so über Nacht berühmt. Und eigentlich, was sie gemacht hat, sie hat ja auf Instagram, glaube ich, angefangen, oder YouTube, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und sie hat das eigentlich nur gemacht, weil sie das so als ihr Daily, ihre Daily Routine, wollte sie da einfach sich mitteilen. Aber die hat niemals damit gerechnet, dass das so groß wird. Und auf einmal war sie da und da und musste dort sein und Fernsehen und das. Und das war für die Frau irgendwann einfach zu viel. Was ich auch verstehen kann, weißt du, du hast da so ein Problem mit dir selbst, deswegen macht man ja dann vielleicht auch Diät oder versucht, sich zu verändern. So war das ja auch bei ihr. Sie war sehr, sehr pummelig. Und auch bei ihr ist es halt auch immer sehr stark im Gesicht, wenn die zunimmt, ja. Und was jetzt auch nicht schlimm ist, um Gottes Willen, aber da siehst du es halt bei ihr sehr stark, weil die wird dann so breit, so. Ja. Und genau. Und dann war es auch einfach so eine psychische Belastung. Also ich stelle mir das auch so vor, wenn ich jetzt heute, ich bin jetzt, sage ich mal, so ganz böse gesagt, ich bin jetzt kein Niemand, aber weißt du, man ist ja irgendwo, was bin ich denn? Ja, ich habe jetzt 2.000 Follower oder so, selbst wenn ich 10.000 hätte. Ja, mein Gott, also da muss ich auch erst mal 10.000 Klicks dann haben und 10.000 Likes und 10.000 Comments und so was war, ne? Aber bei ihr war das ja dann so. Und ich denke, das löst dann schon so eine Art Druck aus, weil du brauchst ja dann einen Manager, du brauchst das, weißt du, also das ist schon viel Organisation und ich denke, man sollte das nicht unterschätzen und die musste dann einfach für sich abbrechen, die konnte nicht mehr. Und dann ist sie halt auch, da merkst du auch, dass die Sophia Thiel eher so eine psychische, also mit der Psyche so diesen Kampf hat, mit dick und dünn. Weil sie ist dann auch wieder zurückgefallen. Also sie ist ja auch heute noch, ich habe sie jetzt vor kurzem gesehen bei Let's Dance, aber nur weil ich da kurz durchgesappt habe, da habe ich gedacht, ach Gott, das ist ja die. Aber die sah halt dann auch zwischendrin halt aus, durch dieses Bodybuilding und so, was sie gemacht hat, eher wie ein Mann. Also und das ist dann einfach, das fahre ich mir persönlich einfach nicht. Hier steht, sie hat eine Essstörung und die nennt sich Bulimia nervosa. Also ich habe jetzt nicht geguckt, was es ist, aber es ist auf jeden Fall eine Krankheit, ne? Ja. Ah, Espreschsucht. Bulimia genannt. Okay, also okay. Ja. Okay, aber also optisch würde ich das jetzt nicht behaupten, weil die bricht ja nicht. Also wenn sie brechen, wäre sie hauchdünn. Also ich habe schon öfter gehört, dass wenn Leute brechen, dass es eben genau das Gegenteil irgendwann ist, dass du nimmidünn bist. Okay, also das ist jetzt nicht. Da müsste man jetzt, da müsste man jetzt aber die Agi froh, die kennt sich so besser aus, aber ich habe das schon öfter, also schon öfter gehört. Am Anfang, wenn du dich erbrichst, klar, weil dann hörst du ja nix, ne? Und dann nimm ich ab, aber dann später sind die ziemlich aufgeschwemmt. Also habe ich schon öfter so gesehen, aber um Gottes Wille, nagel mich nicht fest. Ich weiß es jetzt halt auch. Also müsste ich jetzt lieb. Naja, auf jeden Fall. Und genau. Und dann, wenn ich jetzt mal so überschwenke, zu der Pamela. Na warte mal, ich lese mal die Facts von ihr vor. Ach so, okay, ich dachte du. Also sie hat, also das steht auch, in ihrer Jugend Übergewicht gehabt und hat 2012 da mit Bodybuilding begonnen und innerhalb von drei Jahren 25 Kilo abgenommen. Das Ganze hat sie halt auf Social Media, wie du sagst, beworben und dadurch entstand dann dieser Online-Fitnesskurs, den alle dann, sage ich, ich meine, sie war jo, ich sage mal so, das Sophia Thiel-Programm. Also ich kannte nur das, was ich gemacht habe vom Dead Lefty Souls. Das war auch das Sophia Thiel-Programm, warte nur. Genau. Und das habe ich noch mitgekriegt, dass das war, aber das habe ich jetzt zum Beispiel nett gemacht, aber ich kenne auch jemanden, der es gemacht hat. Genau, dann wurde die bekannt, war dann irgendwie bei ProSive, beim Turmspringen dabei, Völkerball. Und ich kann mich erinnern, dass die bei Lidl, oder Aldi, ach, dann so ein Sportartikel, wo dann so auf sie gemünzt war. Dann war sie in der Zeitschrift Shape. Genau. Und dann hat sie im Mai 2019 ihren Rückzug angekündigt, was du gesagt hast. Aber die hat das psychische nämlich ausgehalten. Die hat gesagt, die war nur noch unterwegs. Also ich habe Ammo's Statement von ihr gehört, genau, wo sie das auch gesagt hat, dass sie halt das gar nicht so wollte und dass der Druck halt zu groß geworden ist. Ja, das war ihr Comeback-Video, was ich da gesehen habe. Genau. Und dann hat sie es mit der Psyche und jetzt ist sie jo, ja genau. In der Heilungsphase. Genau. Du siehst, sie nimmt auch ab, wenn du es da so zwischendrin halt siehst, aber sie ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Also weit, weit noch davon entfernt. Aber gut, also ich sage immer so, wenn ich sie jetzt so angucke, ich glaube schon, dass die ach Medikamente nimmt. Und wenn sie, also um Gottes Wille, jetzt nicht, dass ich irgendwie jetzt hier Faktor habe oder so, aber ich würde behaupten, man sieht ihr das an. Ich finde immer, wenn Leute Medikamente nehmen, ich habe mir selber Medikamente genommen, ja, man schwemmt so, also finde ich ach. Und sie hat auch das Gesicht, klar, die hat halt ein rundes Gesicht, wie ich ach, aber du siehst, bei ihr ist es geschwemmt. Ja, aber die wird breit so an der Seite, ja, und die kriegt dann ohne so einen dicke Kiefer, die sieht so bret von, die sieht dann so maskulin aus. Ja, also ich denke mal, also wie gesagt, ich meine, wenn man Antidepressiva nimmt, zum Beispiel, schwemmt man jo auch extrem hoch und nimmt ach zu. Und die Tablette zu nehmen, weil du es musst, und gleichzeitig abnehmen zu wollen, kenne ich auch ein paar Leute, ist schwierig, ist wirklich schwierig, weil funktioniert natürlich nicht, weil es ist halt kontraproduktiv, also wenn, dann nur sehr langsam. Ja, ja. Okay, alles klar, Pamela Reif. Ja, genau, und dann, das war ja ganz lange später, kam dann irgendwann die Pamela und die Pamela habe ich eigentlich angefangen, ich habe da jetzt gar kein Programm oder sowas durchgezogen, sondern eher wegen Sport bei ihr, ja, mir haben die Trainings so ein bisschen, ich habe gedacht, komm, ich probiere das mal für mich, habe auch mal Rezepte, glaube ich, von ihr ausprobiert, ich habe auch ein Kochbuch von ihr, ähm, genau, ich habe mir auch schon Snacks und so von ihr gekauft, aber, ja, es ist ja noch Zucker bei ihr enthalten irgendwo und ich versuche ja so gut, wie es geht, gar keinen Zucker zu mir zu nehmen, aber ich würde mal behaupten, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs wäre und wenn du jetzt ein Snickers oder ein Riegel oder eine Stafel Schokolade von der Pamela Reif würde ich mir, glaube ich, dann eher die kaufen wie das andere, ne, so auf jeden Fall, weil sie dann halt doch eher gesund ist und weil, was halt bei der Pamela ist halt voll cool, die ist halt auch von 0 auf 100, sage ich mal, dann hat sie erst ihre Sportvideos auf YouTube gehabt und die geht ja total ab und dann hat sie angefangen ihr Kochbuch, aus dem Kochbuch wurde dann eine App, jetzt hat sie ja mittlerweile auch ihre eigene, ähm, ja, Linie da mit Produkten, mit Nahrung, mit Nahrung, also, ne, die hat so Basic-Nahrung wie Haferflocken, so Sachen, alles, was man auch zum Backen und Kochen nutzen kann, so die Basic-Sachen, äh, Schokolade macht sie auch selber, äh, genau, und in Asien ist sie total der Hype. Okay. Voll krass, ja, aber ich kann es auch verstehen, die ist halt super skinny, super hübsch, ähm, weiß, ne White Skin, ja, äh, ja, wir wissen es ja, ich weiß nicht, ja, äh, ich bin auch super hübsch für die, äh, bei meinem Freund in der Family, ähm, genau, ne White Skin, dann hat sie blonde Haare, helle Augen, also die ist ja, und dann so lange Haare wie ne Puppe, ja, also die ist ja, für die ist die ja die Queen, also, würde ich mal so behaupten. Ja, die geht da total ab, ich würde sogar behaupten, dass die auf Dauer in Asien mehr Erfolg hätte wie bei uns. Kann sein, ja. Ja, und was, aber bei der Pamela ist, also ich bin, ich fand die immer schön, aber mittlerweile, die ist mir einfach zu dünn. Also die Beine, da ist ja so ein Gap dazwischen, aber die Pamela kenne ich auch nicht anders, also es ist nicht so, dass die, zum Beispiel wie bei der Sophia Thiel, so eine Abnehm-Story hat, sondern die Pamela ist einfach wirklich, seit sie auf dem Bildschirm ist, eine Fitness-Girl. Also die war schon so und die ist jetzt auch so und ich glaube, die war, bei ihr war das anders wie bei der Sophia, ich glaube, die war eher dünn und dann ist die zu diesem eher muskulöseren dünn geworden, wisst ihr, was ich meine so? Genau, also so denke ich, so war das glaube ich bei der auch, ich habe nur ganz am Anfang, das habe ich nicht so mitgekriegt bei ihr, aber ja, die macht das auch immer mit ihrer Familie, mit ihrem Bruder, der Bruder ist auch super sympathisch irgendwie, ich weiß auch nicht, genau, also der Bruder ist ihr Manager so gefühlt und die Mama und der Bruder filmt sie auch immer, also die machen alles zusammen, die sind wie Pesch und Schäfel irgendwie, obwohl er ist schon ein Stück weit älter als sie. Okay, ja, was? Und ja, also bei der Pamela, die App, ich glaube, die ist auch gar nicht so teuer, nur ich habe es dann halt irgendwann, ich hatte es mal ein, zwei Monate oder lass es halt von mir aus drei gewesen sein, kostet glaube ich zwei, drei Euro und dann hast du halt mehr Rezepte, aber weißt, irgendwann habe ich diese Rezepte halt gar nicht so genutzt und habe gedacht, für was soll ich jetzt drei Euro bezahlen, weil die Videos waren ja sowieso auf YouTube, also genau und die App ist halt auch voll cool, weil du konntest dir da wie so ein Stunden, sie hat da so Stundenpläne auch erstellt, ne, im Sinne von Dance Workout und dann hat sie da so wie so Warm-up und dann so Sachen, also so drei, vier Stück immer 30 Minuten, dann mal 45 Minuten, die hat es dann Dance Workout 30, Dance Workout 45 Minuten oder so und dann hatte sie so verschiedene Kategorien oder hat es immer noch, ich war es schon lange nicht mehr in der App drin, aber das fand ich eigentlich ganz angenehm, die hat, macht viel, die hat auch Essenspläne dann auch erstellt für die Leute und alles für diese zwei, drei, vier Euro, also das ist halt Essenspläne zu ihren Rezepten halt auch, ne, also fand ich halt super, die hat auch zum Beispiel Rezepte gehabt, weil sie auch hier eine Community hat, die vielleicht auch Skinny ist und dann eher ein bisschen zunehmen will und dann auch mit den Kalorien eher hochgegangen ist, ne, das hat die alles so ein bisschen variiert, ne, fand ich halt cool. Also ja, ich habe jetzt hier zu ihr, sie ist 96 in Karlsruhe geboren, hat 2014 ihr Abi gemacht und seit 2012 ist sie bei Instagram aktiv, zuerst hat sie Landschaftsfotos und Essen gepostet und dann fing das an mit Sport- und Fitnessübungen. Im August 2022 hatte sie dann 8,9 Millionen Abonnenten und ihren Lebensunterhalt erwirtschaftet sie durch Fitnessprodukte, Kleidermode und seit 2013 hat sie ihren eigenen YouTube-Kanal mit über, also 9,38 Millionen Abonnenten und im Jahr 2020, das ist echt krass, stand sie auf der Forbes-Liste 30, also 30 under 30, also quasi in der Kategorie unter 30. 8,9 Millionen Abonnenten 30, ja. Ja, krass, ne? Ja. Hat ein Buch veröffentlicht, ich glaube, du hast doch auch dieses Rezeptbuch, gell? Ja, ja, das habe ich ja gesagt. Ich habe schon zwei Bücher jetzt, weil die hat nochmal eins gemacht, aber das war so ähnlich wie meins, so waren nur noch so Zusätze und da habe ich gedacht, jo, das brauche ich jetzt nicht. Ja, krass. Ja, also ich kenne die nur von dir, muss ich sagen, also ihre YouTube-Videos, ihre Fitness-Workouts sind krass, weil wir haben die mit der Schalima zum Teil gemacht, also für mich alles viel, obwohl es einstieg, da stand ja Anfänger, wir haben ja die Anfänger-Sage. Alec mich am Arsch, am schlimmsten war immer das mit diesem auf die Elle boge und wie hieß denn das, du diese... Ja, Brunner wieder hoch. Ja, genau. Ja, also das war schon heftig, aber Hut ab, ne? Sage ich mal. Ich habe mir, glaube ich, von ihr MOA geguckt, weil du das gesagt hast, das Haus, kann das sein, dass die irgendwie so eine Roomtour durch ihr Haus gemacht hat. Ich glaube, die wohnt bei den Eltern noch, aber die hat ohne wie so ein ganzes Ding, glaube ich, für sich alleine. Ja, das habe ich mal gesehen. Oh, ich weiß es nicht mehr. Und bei der Sophia Thiel habe ich vor kurzem gesehen, dass die in München in eine neue Wohnung gezogen ist und hat da eine Roomtour gemacht. Das hatte ich auch gesehen, dass sie jetzt da irgendwie eine neue Wohnung hat, keine Ahnung. Ja. Ja, aber ich glaube auch, dass die beiden nicht die gleichen Follower haben, würde ich jetzt mal behaupten. Um Gottes Willen, also denke ich auch nicht, weil das eine ist ja wirklich, die Sophia Thiel geht ja wirklich mehr ins Bodybuilding. Ja. Auch optisch. Ja, ja. Und die Pamela Reif ist halt einfach so, ich denke, die ganzen kleinen Mädels, die sehen die halt als Prinzessin, die wären gerne, weißt du, weil die ist ja auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Prinzessin oder so eine Fee oder sowas, weißt du so. Aber mir persönlich, also ich sag's dir, die kann ja wahrscheinlich gar nichts dafür, die Freie ist mir einfach zu dünn. Also die Beine, die kann nichts dafür, die hat nämlich ein bisschen breiteres Becken und die ist aber halt so skinny und die Beine, die hat dann so eine Lücke dazwischen, das ist zu viel. Ja, also ich denke auch wirklich, dass die Pamela Reif wirklich eher die Kategorie anspricht, die zunehmen will, wie du gesagt hast. Aber gut denn, ja. Ja, und die Sophia Thiel, glaube ich, spricht eher die Kategorie A, die halt Übergewicht hat und will abnehmen. Also gar nicht, weil wenn ich die Storys, wenn ich die Storys von der, wenn ich die Storys von der Pamela gucke, weil der folge ich ja noch, ja. Dann, da schreiben auch welche, durch dich habe ich so und so viel Kilo abgenommen, weil ich jetzt mehr Sport mache und so, die hypt halt die Leute total mit ihrem Sport. Das ist ja auch lustig. Ich meine, wir haben die ja auch schon gemacht, so Chicken Bels und so, wenn sie dann da halt getanzt hat. Ist ja auch goldig, wie sie so sagt, ne. Also, ist gut gemacht, sagen wir es mal so. Ja, ich sage mal so, ich denke, klar, die Frage ist ja immer, abnehmen wollen immer alle, aber weißt du, du willst auch abnehmen, was hier krank ist, ja. Also ich meine, jetzt vielleicht Nimi, aber weißt du, was ich meine, du bist halt eher so die Followerschaft von ihr, wo eigentlich nicht abnehmen muss, aber denkt immer, sie muss abnehmen und dann natürlich auch abnimmt, ja. Und ich glaube, bei den Thiel ist vielleicht wirklich eher die Leute, Kategorie ich, die tendenziell Übergewicht haben und wollen halt Gewicht verlieren. Aber ich glaube, das war auch damals, als sie seinen ersten Hype hat, die Leute, die es gemacht haben, waren auch damals eher die Leute, wo halt Übergewicht hatten und wollten abnehmen, wirst du? Also nicht so, jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht zwingend definieren, sondern wirklich abnehmen halt, ne? Ja. Aber ich glaube, die hat auch so Videos gehabt, gell, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die hatte auch Videos gehabt, ich glaube, ja, ja, auf jeden Fall. Und auch in ihrem Programm hatte die so Videos, dann die full, ne? Also es war so ähnlich aufgebaut wie beim Die Soest, ne? Der hat ja auch Videos gehabt. Ja, aber das war damals noch anders, dass du wirklich den Kurs kaufst. Ja, aber ich habe mich auch, wie bitte? Damals hast du wirklich den Kurs gekauft. Ich weiß noch, beim Die Soest habe ich, glaube ich, 20 Euro im Monat gezahlt oder so und dann hattest du halt diese, wie die, also hast du eine CD-ROM noch, also so TVD noch gekriegt, die Hascherei, und hast dann so die Videos geguckt und manchmal hatte der dann so, ich glaube, du hattest so einen geschlossenen Bereich, in den du rein konntest und du gabst manchmal Updates zu Rezepte und zu Videos und so, aber das war noch damals gar nicht so mit YouTube und so, ne? Okay, also bei mir war es schon, beim Die Soest zum Beispiel, war es schon nur noch auf dem Handy. Ah, okay. Nee, das war bei mir gar nicht. Also ich muss dir auch sagen, von diesem Programm, es ist super schön, aber du bist nicht abgeholt. Ich habe bei dem Die Soest so gehockt und habe gedacht, ja, okay, was muss ich denn jetzt als erstes machen? Ja, das stimmt. Ja. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Und das ist halt sowas, ja, und das wusste ich, und dasselbe Gefühl habe ich aber auch bei den anderen. Also, ja. Du hast keinen Leitfaden. Ja. Das ist irgendwie was. Also, du kommst zwar rein, wenn du dich damit beschäftigst, ne? Ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit mehr Eiweiß, weniger Zucker. Für mich ist halt einfach, also ich habe für mich einfach festgestellt, wie gesagt, wir machen so als unser Klinon, gut, und dann einfach mehr Eiweiß, weniger Zucker, 80-20. Bumm, das ist mein Ding. Und da muss ich auf gar nichts achten. Nichts. Ja. Das ist aber meins. Das hilft jetzt bei mir. Ich habe es jetzt für mich gefunden, weil ich war immer so jemand auch, ja, der sich das ja dann verboten hat oder so, und das bringt ja halt gar nichts. Aber das fand ich auch bei denen gut. Bei Sophia Thiel und bei der Pamela, die machen ja halt auch manchmal so süße Rezepte. Ja. Du kannst dir das nicht immer verbieten. Und das sind Leute, die auch, die Pamela, die snackt vielleicht halt gern Süßigkeiten, die kannst du es vielleicht auch erlauben, ja. Aber die Pamela, die Sophia hat es ja dann auch so ein paar süße Sachen irgendwie ein bisschen versteckt oder so, ja, aber trotzdem noch viel Eiweiß. Und das war halt auch für die Leute, weil ganz, jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dich, willst du dich jetzt mit 30 oder 40, bist du, bist du in der Kaste falsch, sagst jetzt mal so gut Deutsch, bist du in der Kaste falsch, an so einem Plan halte, wo ich das ganze Jahr nichts fressen kann. Nee. Es macht doch keine Sau. Und deswegen, sag ich, würde ich behaupten, dann mach lieber so eine Darmkur, von mir aus noch eine Leverkur oder so, ja. Und dann machst du einfach dein, wie wir das halt machen, einfach entweder FDH kann ich ja mal ausprobieren und Sache einfach austauschen. Austauschen. Also ich muss sagen, für mich persönlich funktioniert es nicht, dass ich keine Kalorien zähle. Ich muss die Kalorien zähle, ne. Aber, ähm, also ich fahre am besten mit unserem Folgeprogramm, es ist einfach so, weil ich halt, was du sagst, diesen Leitfade brauche und ich habe halt da mein Leitfade und ich komme damit klar, weil ich halt, ach, auf nichts verzichte muss, ne. Ich kann Kohlehydrate, also ich kann Kohlehydrate esse, kannst du Fastbreak essen, also so einen Schock. Genau, Fastbreak esse, ich kann meinen Shake morgens trinken, ich mache oftmals auch Quark mit Shake, dann, ne, oder Bananen mit Quark, das ist ja dann was Süßes, so in der Richtung, ne, wenn man das halt isst. Und ich fahre damit am besten, aber es stimmt, was du sagst, ähm, man, bei deinen Programmen ist es so, du buchst halt ein Programm und dann musst du halt irgendwie mit klarkommen, ne. Ich hatte beim Detlef die Soße Glück, weil wir haben das damals gemacht, ähm, also wir haben uns das geteilt und zwar, wir waren eine Gruppe von Trainees und haben gesagt, okay, wir machen es zusammen und einer hat das Account gekauft, wir haben uns das irgendwie geteilt und der hat uns halt erklärt, weil der halt wusste, was abgeht, ne. Und das war halt natürlich besser. Ich sag mal so, das ist natürlich, sag ich mal, bei uns einfach besser, wenn wir Programme rausgeben, wir betreuen die Leute, wir erklären die Leute, wir schicken täglich Infos, ne. Und das, denke ich, braucht man für alles, weil ich würde auch behaupten, wenn jemand bei uns ein Kli9 oder ein DX4 sich online bestellt, der kann es gar nicht so machen, wie es gemacht werden muss, weil wenn er es nicht erklärt kriegt und liest nur die Broschüre durch, er wird Sache zwangsläufig vergessen, weißt du, was ich meine? Du wirst dich nicht erinnert, du wirst dich nicht abgeholt und dann machst du es halt nicht, ähm, zu 100 Prozent, würde ich sagen. Ich meine, das ist jetzt gehexenwert. zum Beispiel, meine Mutter, die hat ja immer Weight Watchers gemacht, also für jeden bringt du was anderes. Ich meine, Weight Watchers ist ja nichts anderes. Die Kalorie zähle bloß in Punkteform. Genau. So, aber egal, wenn die Punkte jemandem einfacher fallen, ist sie okay. Aber du warst halt auch so, zum Beispiel, die ist auch, als du deine treffest, und hat sich das auch gehört, weil das bringt was. Ja. Weil du bist dann dort, dir werden noch mal Sachen erklärt, ja, und es bringt wirklich was. Also ich muss sagen, das ist auch gut, also ich hatte das auch gut und ich fand das auch cool und so, nur irgendwann, ich hatte das mal gemacht wegen meinem Freund, damaliger Freund, weil der zugenommen hat, ich hätte es gar nicht machen müssen, ich habe es nur mitgemacht, Ja. rein theoretisch, bei meinem Freund jetzt und bei mir ist es auch so, ich kann doch Hocke und keine Pizza essen, passiert nichts und der, wenn der Pizza esst, oder der guckt nur an und hat schon ein halbes Kilo, so viel Art, ja. Aktuell. Also ich sage mal so, wenn du sagst, Weight Watchers, ja, also das Lustige ist, ich bin mir sicher, heutzutage hat Weight Watchers eine App und du kannst dir das alles eingeben und dann werden die Punkte ausgerechnet. Genau, wir hatten das damals bei der App gemacht, aber, ich habe das noch mit Büchern gemacht. Ja, meine Mutter auch, aber wir hätten es zum Beispiel damals gemacht, Weight Watchers ist ziemlich einfach, das ist so super einfach erklärt wie dieses Jatzio und zum Beispiel ich habe es dann meiner Mutter, klar, vielleicht meine Mutter hat, meine Mutter hat jetzt noch mal kurze Eustie gebraucht, aber wir zwei Junge, wir hatten das Kleid drauf, also wir sind dann auch nicht in die Treffer gegangen, weil wir haben das jetzt da in dem Sinn nicht so gebraucht. Also bei mir war es so, ach, das habe ich mit einer Bekannte gemacht und die, also ihre Mutter, hatte diese ganzen Bücher und ich habe dann bei der die Bücher kopiert damals noch, also ewig viel, mein Vater hat voll gescholtert, gesagt, du machst mein ganzes Druckerding leer, weil ich habe die Rezepte kopiert, das habe ich auch noch so einen Stoß und ich habe diese Bücher mit den Punkten, da habe ich mir gebraucht, weil du kannst bei Ebay bestellen, glaube ich, gebraucht, die habe ich mir bestellt und dann hast du mit dem Buch du gesessen, Döner, geguckt, wie viele Punkte und hast du dann diese Formel gehabt, wo du ausgerechnet hast, wie viele Punkte du esse darfst, das war irgendwie Körpergewicht, durch Größe, irgendwas, keine Ahnung. Weil die App rechnet das jetzt selber aus. Du musst nur aufgeben und dann macht das das schon alles von erlernt. Sicher zu der Zeit gab es das mit der App noch nicht. Also krass, also, wenn ich überlege. Du musst dich nur draufstellen auf die Woche, gebe ich die Zahl, gebe ich dein Größe, glaube ich, und dann noch, ob du wann oder farb bist. Und ich glaube, man kann so wie bei Yatio, glaube ich, ein Zielgewicht aufgeben und dann rechnet das das aus und dann sagt es dir bis so und durch hier hast du ungefähr dein Ziel erreicht. Ich meine, so war das wie bei Yatio, so ähnlich. Kann man sich das vorstellen. Krass. Und ja, also das, wenn du überlegst, was man früher für Umstände hat. Ich kenne das noch mit den Büchern, weil die auch alt, das waren 20 Bücher, solche Mälzer. Ja, genau. Weil du kamen ja immer mal wieder was Neues oder dann kam Aldi, dann kam Lidl, wenn du ein Lidlgänger warst. Oh Gott. Unfassbar. Wenn man so überlegt. Ja, ich sage es so, wenn man schon so lange mit rummacht, man weiß auch vieles. Ich meine, wie gesagt, anstatt Sahne, Soja, Cuisine, Leid, das hilft ja auch schon. So ein paar Sachen ersetzen, dann kann man auch schon viel essen. Aber ja, also ich denke, ja, wie gesagt, wenn man so persönliche Betreuung hat, ist es besser. Aber ich denke trotzdem, dass die beiden Damen schon inspirieren. Also allein durch den Kanal wahrscheinlich schon, was sie so zeigen. Ja, genau. Also dann ist es ja 2012 zu heute. Das kann man jetzt auch gar nicht mehr vergleichen. Das sind ja zwölf Jahre dazwischen. Ja. Also ja, also die Pamela, also ich denke mal, wenn ich zum Beispiel die Sophia Thiel vielleicht noch mal ein Programm mache, die jetzt vielleicht auch ganz anders aufbauen, aber damals war das ja halt so. Ja. War das halt so, aber ich habe mich doch einfach nicht so abgeholt gefühlt. Ich weiß es nicht. Also der Detlef hat noch ein Video, schön, dass du da bist oder irgendwie so. Ja, das stimmt. Ja, schade, dass ich da bin, aber du musst mal mal sagen, was ich jetzt als erstes machen soll. Ja. Du fühlst dich ja manchmal, du willst ja nichts falsch machen. Dann denk ich aber sowieso schon die ganze Daten, die fress, weil du merkst, weil du weißt ja, ah scheiße, ich habe Diät. Ja, stimmt. Die Wort Diät ist ja sowieso schon, weil eigentlich, also bei mir ist es so, wenn ich zu mir sage, moin mache ich Diät, fresse ich mehr wie, wenn ich es nicht sah. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich muss sagen, wie kann man so oft Fresse in einem Satz sah? Ne, also ich finde, ne, also bei mir ist es so, wenn ich tatsächlich in einem Programm bin, fällt mir alles einfacher, weil ich mir nicht so viel Gedanken machen muss. Ja, stopp in deine Programme, jetzt, aber wenn du dir abgeholt bist, was willst du denn machen? Ja, dann ist es scheiße, ja, das stimmt. Ja, jetzt mit unserem Leitfader durch, ich meine, bei Klin 9 oder so, oder bei unseren Programmen ist das ja auch alles genau beschrieben, oder ist es ja eigentlich, oder wir machen es ja dann zur Traurigkeit, ja. Aber du warst ja dann, wisch, also ich meine, bei uns kriegst du ja noch Rezeptbuch, und bla, 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 so, das hat sich ja so und dem am Anfang noch gar nicht alles. Ja, das stimmt. Also doch, es gab Rezepte, also es gab Rezepte, aber was ich an den Rezepten bis heute zu bemängeln habe, sind diese Fetts, ja. Also, ich meine, Leute wollen normal kochen, nicht jeder will zehn verschiedene Gewerze, Kaffee, die er sonst noch nie benutzt hat, oder Sache, ja. Das ist einfach blöd, und ich mag so Rezepte auch nicht, wo dann steht, was weiß ich, die links gedrehte Leinsame, und rechts gedrehte Sesamsame, und weiß ich nicht was, da habe ich so die fette Packungen stehe, dann kosten die ja auch viel Geld, so Biogramm, ja, und dann benutzt es halt einfach nicht mehr, weil ich mag halt dieses Körnergedöns so nicht, ne, weil, ich meine, das mag ja alles schön gut sein, das kann jeder sehen, wie er will, manche feiern ihren Porridge total, die lieben das, ist ja auch okay, alles schön gut, ne. Ach Gott, ich weiß ja gar nicht, wie die das Essen kennen, nur zwei, da sind sie satt, und die hauen sich so voll die Schüsseln rein, ja, und dann, ja, da gucke ich Leute zu, bei YouTube auch, oder bei Instagram, ne, mit dem Healthy Lifestyle, ist ja alles schön gut mit ihrem Healthy, ne, ja, aber die krachen sich doch morgens, eine Portion Porridge mit Chia, Samen, mit, was weiß ich, Kokosmilch, dann kommen noch Kokosflocke drüber, Kakaonips, Mandelmus, dann kommt noch irgendwie Früchte drüber, dann noch, weiß ich nicht, Ahornsirup oder so, da denke ich mir, jetzt mal ohne Scheiß, ja, kein normaler Mensch kann so eine Schüssel von dem Kram essen, das geht gar nicht, also jetzt mal ehrlich, ich meine, es geht mal ehrlich, weil die hauen sich doch ja noch die Sache drauf, ja, also nicht mal, also ich sage, du und ich sind sowieso kleine Esser, du noch viel kleiner als ich, auch wenn man das vielleicht nicht denkt, aber es ist so, aber wenn ich jetzt denke, selbst schon dommer, wenn wir von meinem Müsli den Adventskalender hatten, hast du ja manchmal auch diese Porridge-Dinger drin und selbst dem ist diese Portion Porridge zu viel, weil die stoppt voll, ja, und das ist ja eigentlich eine kleine Portion, du kannst dann schon noch essen, aber die Leute machen sich solche Schüsseln, da denke ich mir, wann, wie, wo, hä, wie kann man das essen, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß dir, wenn ich so viel Porridge essendet wie die, müsste ich dann nur, ich könnte es, ich kenne gar nicht, das ist schon krass, ja, ja, und das ist mir dann halt, das ist halt das, was ich jetzt mag, an manchen, so Diätprogramme, dass du immer so ausgefallene Sache brauchst, deswegen bei uns ja auch die Rezepte einfach gehalten, das was du dir herrn kochst, einfach ersetzt durch gesunde Produkte, dass du nicht viel Aufwand betreiben musst und musst auch nicht auf dein Lieblingsrezept verzichten, ich meine ganz ehrlich, zum Beispiel, wenn wir jetzt Spargel, jetzt kommt die Spargelzeit, wir machen jetzt Spargel, so, klar, wenn ich jetzt im Programm bin, dann mache ich einfach lange Spargel, koche ich ab, ja, dann gibt es natürlich Käse, Soße Hollandaise dazu oder sage ich mir so, es gibt ja auch die Soße Hollandaise Light von Maggi, das Päckchen, ja, das ist zwar scheiße und es ist nicht gut, aber wenn jemand sagt, er will unbedingt sein Soße Hollandaise, ach okay, nehme ich halt das, muss ich nicht, sage ich mir, ein ganzes 200 Milliliter esse, echt halt ein bisschen, ja, aber ich sage mir so, in meinem Fall, ich würde es dann weglassen, würde halt einfach nur die Spargel abkochen, dann würde ich Pannekoche machen, allerdings mit Dinkelmehl, ganz einfach, mit Margarine, Dinkelmehl und mit veganer Milch, mache ich die Pannekoche, gekochte Schinke kann man essen, der hat nicht, haben wir schon bei der Weight Watchers gelernt, 0,5 Punkte, das weiß ich eigentlich noch, ja, oder du nimmst halt, das ist aber geändertes System, ja, du hast jetzt viel mehr Free Products und so, und ganz andere, das gab es bei mir noch nicht, ne, ja, ja, doch, ich hatte auch schon No Limit und so, weißt du, ja, auf jeden Fall, oder du kannst halt dir auch ein Pudeschenke nehmen, und dann rolle ich meinen Spargel durch rein, und dann esse ich das so, und wenn du Kartoffeln noch dazu hast, dann machst du halt anstatt, wir nennen das Krischtscher, Fettkrummbeer, machst du dann halt einfach gequält, dann nehme ich die kleine Drillingskartoffel und tue ich sie quellen, und wenn dir das zu langweilig ist, kannst du ja auch noch in der Grillpfanne, A-Brode ohne Fett, geht jo auch, ja, und dann kann man das jo auch essen, ne, ich mein, klar, wie gesagt, ne, ist auch eine Variante, das dann zu essen, ohne drauf zu verzichten halt, ne, ja, auf Sache, und das ist halt so das, wo ich sage, man muss irgendwie umdenken können, weil dieses ganze ausgefallene Zeug, das wird den Leuten dann zu blöd, und es stimmt jo auch, weil du bezahlst dann für das Programm schon dein Geld, und wie du sagst, du hast dann schon im Kopf die Jäte, du darfst nix essen, und dann musst du noch für die ganze Fresse, so viel auf gut Deutsch gesagt, ausgäbe, ja, und dann hast du irgendwann kein Lust mehr, und dann hast du den ganzen Kram durchstehen, ja, das finde ich halt, ja, das ist halt doof, aber, gut, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe bei der, ähm, Sophia Thiel gar nicht, haben die vom Content her, vom, von, bei Instagram, haben die doch eher so Rezepte, oder Sportübungen? Also bei der Thiel weiß ich es nicht, aber die Pamela, die macht halt für alles Werbung, ne, du ist jo, so richtige Influencerin, ne, ja, also nicht für alles, sondern für alles, was um sie geht, ne, also Sportsache, die macht auch mit Puma Collection, und so dauern, mit Naked macht sie so Sachen, das ist so, Naked ist so eine normale Kleidungsmarke, aber sie macht halt auch viel umweltbewusste Dinge, ne, also so, ähm, wenn du von der Klamotten kaufst, das hat sie bei Puma wirklich durchgebrungen, du kommst das nicht in der Plastik, tut, sondern das ist dann die, die Leggings zum Beispiel, ist dann so, er muss zusammengeschlagen, und so aufgerollt, wie so ein Handtuch, weißt du, wenn der Handtuch rolle geht, ah, okay, dann kommst du außenrum, so ein recycelbarer, brauner Papier, mit ihrem Eblem drauf, aber bestimmt auch die Farb, dann so Natur oder so, weißt du, also die achtet doch wirklich sehr drauf, ne, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, meine Meinung, das sind ja beides Influencer, ne, und wenn ich jetzt die Instagram-Seite von DNA gucke, muss ich persönlich sagen, ich kann, das hat leider, wenn jemand einfach nur Bilder von sich hat, ne, aber die Influencer machen das tatsächlich so, ne, also ist ja jetzt egal, ob ich jetzt die Hatice Schmidt, egal, wenn ich eye-gap, gut, bei der Hati hast du dann noch zumindest, die macht dann Make-up, welche macht dann halt mit dem Make-up, Bild und macht Werbung, ne, klar, okay, die Pamela Reif halt jetzt hier, ach, irgendwie ein Cake-Porridge, nur auf dem Bild, oder wahrscheinlich die Klamotten, wo sie auch hat, weil sie auch Werbung dafür machen, so ist es jetzt auch nicht, ne, aber ich muss sagen, wenn ich so kleinere Influencer nenne, beziehungsweise keine Influencer, sondern Leute, die mit ihrem Profil, sage ich mal, andere Dinge verkaufen wollen, ne, sei es jetzt jemand hat ein Tierprofil, oder sei es jetzt jemand, zum Beispiel, ich folge ja welche, die haben diese American Express Karte, ne, die machen dann immer so Reise-Content, weil sie halt ihr Punktesystem doof verkaufen wollen, oder Annie, die macht Wasser, weiß ich nicht, fühle ich mich durch diesen Content mehr abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Leute sich mehr Gedanken machen, was für einen Mehrwert sie ihrer Community liefern können, wie jetzt rein, muss ich sagen, von diesem immer ultraperfekten Selfie, muss ich sagen, ne, aber die Sophia Till genauso, wobei die hat jetzt noch Werbung von, wie du sagst, Let's Dance. Aber du musst mal gucken, die haben ja auch Videos und so drin. Ja, ich sehe es gerade. Okay, gut, du hast immer ein lustiges Video im Schlofahrzug, mit ihrem Bruder wahrscheinlich, ne? Mhm. Die Pamela Reif. Ja, aber wenn die so Storys und so macht, das zeigt ja immer ihr Pamela und so. Ja. Ich denke, dass die Storys stärker sind. Ja, ja, die Vette Feed macht sie über sich, und die Storys, ja, die macht jeden da Storys. Ja, also ich denke auch, dass bei denen, ich sehe es ja auch bei anderen Influencer, das sind in den Storys halt extrem stark, wo die halt viel zeigen, nämlich, wie ich die Leute dann mit erzählen, hier das, das, Ja, aber die Pamela, die kocht dann auch manchmal in der Story, und die machen auch so Livekoche und so. Ich glaube, die zielt bestimmt auch so Sachen. Also jetzt vielleicht aktuell nett, weil die ist ja noch in so einer Phase irgendwie. Bei der bin ich mir jetzt nicht sicher. Da müsste ich jetzt, wie gesagt, lieben. Also bei der habe ich CD heute Video mit der Sally gemacht. ein Bug-Video zu Weihnachten, war das irgendwie so eine Reihe, wo sie mit der Sally auch gemacht hat. Und ja, jetzt hat sie halt nur Content von Let's Dance. Sehe ich jetzt. Ja, du bist ja gerade aktuell. Ja, bei der Sophia Thiel habe ich nur dem Let's gesehen, bei TikTok, wo mich nicht, nee, eigentlich gar nicht bei TikTok, und zwar bei YouTube. Da gibt es so, ähm, naja, halt so, so Seite, die eigentlich jeder Influencer hasst, weil das heißt Insta-Talk. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, also das ist so, eine Tante, die ist anscheinend nur bei der Influencer auf der Seite, wenn irgendwelche skandalöse Sachen kommen, dann postet die das halt, ne? Also die tut dann quasi ab, filmen, was die in der Story gefilmt haben, oder was das ist in dem TikTok-Video, und postet das, ne? Also richtige Influencer-Gossip, nennen wir es mal so, ne? Und da habe ich gesehen, da hat die Sophia, nee, die Pamela Reif, hat, ähm, irgendwie bei TikTok ein Live gemacht und hat einen Filter ausprobiert, und, ähm, dann hat sie irgendwie, da bist du halt so geschminkt, und viele benutzen den Filter halt und fühlen sich halt, und sie hat halt gesagt, also sie finden den Filter furchtbar, sie sieht ja aus wie ein Transo, und das hat anscheinend so viel Hate gegeben, weil sie das so gesagt hat, dass die ein Statement dazu, bei Instagram, oder ich weiß gar nicht mehr, ob bei TikTok oder Instagram, sie hat auf jeden Fall ein Statement-Video gemacht, wo sie sich übelst entschuldigt hat, dass sie das so leid tut, dass sie gestern den Ausdruck benutzt hat, sie ist eigentlich gar nicht so, und sie wollte niemanden diskriminieren, und was war es ich, wo ich gedacht habe, ey, also die Leute können es auch echt übertreiben, oder? Ja, also du, ja, da müsste man ja mit einem eigenen Podcast zu drehen. Ja, also da habe ich gedacht, das ist jo, oder? Ja, also. Du bellst. Ja, aber, ja, nee, da müssen wir einen eigenen Podcast, weil du kennst noch stundenlang Philosophie darüber. Katastroph, oder? Das hatte ich gesehen, und ich habe mir noch gedacht, naja, die Pamela Reif ist doch eigentlich, also sie kommt mir so ultra korrekt auch vor, ne, also so, als ob sie nie jemand beleidigen will, oder so irgendwas, ne. Nee, die ist auch ultra korrekt, also. also ich habe noch gedacht, also, ja, aber so habe ich die, also beide nehme ich jetzt nicht wahr, als solche Leute, die jetzt andere schlecht machen. Nee. Ne, also die interessiert gar nicht, also, die machen ihr Ding und gut ist, ne? Genau, die gucken einfach nur auf sich. Aber du hast schon gesagt, dass über die Pamela Reif hier schon so schlecht ist. Ja, genau, also, genau, also, du waren halt auch so von diesem Christian Wolf, der hat ja auch so, also, der hat seine Marke, oder eher Video, so Reaction Video dann halt gemacht, weil die Pamela hatte doch irgendwie über die Schokolade erzählt, weil da kam damals ihre Schokolade neu raus. Und ich weiß nämlich genau, also, wie gesagt, es ging halt so drum, weil sie gesagt hat, dass, dass die Schokolade ist ja besser. Irgendwie, weil, ach, was weiß ich, auf jeden Fall, sie hat halt, wahrscheinlich, ne? Ne, 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 die hat genau aufgepasst, was sie sagt. Also, ich fand jetzt nett, dass sie was gesagt hat, weil sie hat eine normale Reaction dazu gemacht. Also, das Ding ist, wenn sie, ja, ja doch, oder hat sie gesagt, gesünder, kann sein. Und selbst wenn sie es sagt, es ist sie auch so. Also, sie macht halt, wie heißt das so, normalerweise Zucker rein, so raffinierte Zucker, und dann ist es halt auch gesünder. Und ich denke mir halt immer, was ich da halt drauf nicht leiden kann, wenn so Influencer so Reaction machen, und sich gut durchstellen wollen, und andere in dem Moment schlecht. Das finde ich halt irgendwie, ich halte davon nichts, weil, der Christian Wolf ist halt auf Süßstoff, die Pamela ist halt auf Kokosblütezucker, und Dattelsirup, und Dattel, und ich meine, ja, wenn der halt fünf Dattel rein knallt, schau schon, ah, 60 Gramm Zucker, muss ich dem Christian irgendwo recht geben. Kommt aber halt wieder drauf an, oh, da muss ich halt wieder biochemisch da rein, keine Ahnung, aber es interessiert mich auch nicht, ich mache das eine, der andere macht das, macht doch einfach jeder, was er will. Aber was, wer ist denn dieser Wolf überhaupt? Ja, Jenny, ich muss jetzt nicht noch eine dritte Firma hier mitleiten. Nee, aber wer ist der Typ an sich? Das ist der Gründer von More Nutrition, jetzt muss ich ja doch wieder eine dritte Firma mitleiten. Ach so. Aber der macht anscheinend, also der ist für sich so, und macht so Reactions oder was? Der ist gar nicht mit dir dabei. Ach so. Weil jetzt, ich habe, gucke mir gerade das Bild an, und jetzt, wo du das sagst, habe ich ihn schon öfter gesehen, tatsächlich, bei Reactions. Stimmt. Aber ich wusste nicht, dass der das ist. Ich habe nur das gesehen. Ja. Ja, genau. Und ich finde es halt, ja, ich mag das halt einfach nicht. Das ist seine Art. Alle andere aus der Community oder so machen das halt nicht so. Das ist aber halt seine Art. Aber ich mag sowas halt überhaupt gar nicht. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil ich mache das ja auch nicht. Also ich gehe jetzt auch nicht hier und sah, ich habe letztens im Geschäft, in einer Drogerie, in einem Drogerie-Supermarkt gesehen, da gibt es eine Aloe Vera-Creme, aber die ist ja so schlecht und bla, bla, bla. Also das mache ich nicht. Also man kann ja sagen, ihr könnt ja gerne mal hin und auf die Inhaltsstoffe gucken und diese vergleichen. Das kann man ja sagen. Aber ich muss doch jetzt nicht so wischen und dann voll reinballern. Und der hat ja das Video von ihr genommen, eingeblendet und dann sie ausgeblendet und dort dazu die Reaktion gemacht. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Das ist wie wenn ich jetzt dieses andere Produkt nehme, hier zeige und dann um eins zeige und sage, guck, das ist besser. Das finde ich halt nicht in Ordnung. Das mag ja sein, aber das muss jeder für sich entscheiden, was für ihn besser ist. Meine Meinung. Aber das ist halt wieder der Unterschied zwischen uns und anderen Leuten. Ja, natürlich. Um Gottes Wille. Also wirst du so, du denkst... Ich sage mal, jeder spricht ja auch in andere Typ A. Genau, also und das hat mich jetzt überhaupt nicht auch gesprochen. Also du dätest mir dann lieber, ja, um Gottes Willen, ich habe auch Sirup von der Marke, von diesem Moor. Ich habe auch schon einen Riegel von der Pamela gegessen. Die Sophia Thiel hat halt leider kein Produkt, sonst hätte ich vielleicht von der auch schon mal was gegessen. Und es ist, warte, ich entscheide es für mich. Und du kannst da jetzt noch dreimal sein, berichtet du es auch. Wie gesagt, er mag ja recht haben, aber ich muss doch für mich, wenn ich doch jetzt Lust drauf habe, das ist doch mein Sach dann. Aber ich glaube, du geht es einfach um... Ja, du geht es so darum, dass er durch die Reaction, dann wird er halt Aufmerksamkeit hat. Also um was anderes geht es doch gar nicht. Ich meine, es ist ja überall so, egal was Marketing. Ich habe manchmal das Gefühl, die sprechen sich ja alle unaneinander ab. Also gerade so, bei manchen habe ich wirklich das Gefühl, bei Thiel oder Pamela, das mag ich an denen, die sind einfach ruhig. Ja. Wie gesagt, die machen sowas nicht, die machen ihr Business durch sich und gut ist. Ja. Und genau, aber wie gesagt, ich kann das halt gar nicht leiden, dieses Aufgebausche und oh, nee, das ist mir zu viel. Also ja, sehe ich genauso wie du. Also ich finde jetzt, ach, beide Dame haben sich durch ihre Persönlichkeit aus dem Nichts, kann man ja sagen, ja, haben die sich einfach ihr Business aufgebaut. Ehrlich und fair. Ehrlich und fair, genau. Und sie leben das, was sie machen, ist mir völligst egal, was, ich meine die Sophia Thiel, ich muss ganz ehrlich, sich also Sophia Thiel da hinzusetzen mit gefühlt 30 Kilo mehr, wie sie hatte und sie war ja wirklich, ich glaube, wo die so durchtrainiert war, als Sportlerin des Jahres oder so ausgezeichnet. Ja, ich glaube, die hat 58 Kilo oder so was oder 60, weil die hat ja viel, aber bei derer war das ja nur Muskulatur. Ja, und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ey, ich hatte einen Mental Breakdown oder wie das halt zu dach hießt, ja, und also zu sagen, guck, ich sehe so aus, weil ich krank bin und weil das alles so war, also ohne Witz, ich ziehe mehr wie der Hut vor der Frau. Die Frau hat für mich mehr Courage wie jeder andere Idiot, auf gut Deutsch gesagt, der da draußen rumläuft und irgendein Scheiß, oh, wie du sagst, wie ein Juckz, Alter, der Ende Dattel, der andere Süßstoff, wie ich. Mach doch was, dass man dich richtig hält. Ich meine, ich sehe es auch so, ja, du jetzt 60 Gramm Dattel, welcher Zucker zu mir zu nehmen, ist jetzt einer der Knaller. Aber meine Güte, ich meine, du musst halt auch mal umrechnen auf die Portion. Ich meine, ich habe zum Beispiel auch schon mal mit Dattel vegane, wie hieß das, Lebkuchen gemacht. Ich glaube, da hattest du ja sogar welche gehabt. Ja. Und ich finde die ganz saugut. Und ich meine, ob ich du jetzt übelst viel Zucker reingekippt hätte oder habe dann halt sechs Dattel so dafür genommen, habe ich halt gedacht, gut, statt 200 Gramm Zucker mache ich halt die sechs Dattel. Nein, ich habe nur 60 Gramm, ja. Ist dir dann schon ein Unterschied. Also muss ich ganz ehrlich sein, ich mag Dattel nicht. Die Lebkuchen waren gut, weil du hast schon jetzt nicht die Dattel rausgeschmeckt, ne? Nee, weil ich habe die Dattel auch ei gewischt in hiesem Wasser und habe die kuriert. Ja, also die Lebkuchen waren gut. Aber ich prinzipiell mag Dattel nicht und ich mag auch diesen Hype und diesen Fame um Dattel nicht und ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt auch, ich sage mal so, wenn die Fasten tun, die auch fastebreche mit der Dattel und diese Matur Dattel, ich weiß ja selber schon, dass die Matur Dattel ist. Ja doch, Janine, die Sada wohl, weil ich esse Dattel. Ja. Und ich, also ich Sada wohl, wir hatten bei uns auf der Erwitt im Hemd, kriegen wir so Köpfchen mit Obst immer. Okay. Oh. Zur Verfügung gestellt, genau. Von der Arbeit kriegen wir das so. Also nicht jeder, sondern E-Köpfchen für alle, für das ganze Büro. Auf jeden Fall. Also es gibt wirklich tatsächlich einen Unterschied bei Dattel wie Tag und Nacht. Okay. Also so mit School-Dattel, die ist wie, die ist so wie Gummibar, also so ganz soft, so musisch schon, weißt du, so du weißt du, nein, und es geht schon so weg, so, ja. Und dann hatte ich die Dattel, die ich hatte, die war ja so was von Fotz-Drucke, innen drin war doch noch wie so weiß die Haut, also super ekelhaft. Ich habe sie gegessen, weil ich gedacht habe, jo, ich kann sie jetzt nicht ausspucken. Aber ich habe gedacht, ich kotze im Strahldunnel, und bis ich sie drunter hatte, ich habe mir sie so lange kauen, ich habe gedacht, bitte, bitte, bitte. Aber die mit School-Dattel, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, okay. Also ich kann den Hype halt nicht nachvollziehen, weil ich esse die Dattel nicht. Ja, aber weil du es nicht echt genau hast. Genau. Aber du musst dir halt vorstelle, ja, ich verstehe schon, dass die anders das schmeckt, ja, das ist eine Qualität. Ja, du musst dir halt vorstelle, wie ein altes Skoda, was weiß ich, und ein Ferrari. So. Also auch ein Preis. Ja, das verstehe ich schon, aber ich sage mir so allgemein den Hype um die Dattel, das ist mir schon wieder zu viel Gehype um die Dattel, weißt du, und ich versuche gerade zu überlegen, woher kommt der Hype, und ich denke mir halt, so durch das, was ich ja auch gut finde, sage ich mir dieses ganze Ramadan, dass man so ein bisschen aufgeklärter ist, durch viele Influencer und YouTuber ist ja so, die eben so mitnehmen, ihr Ramadan Daily machen, finde ich ja auch gut, siehst du halt immer wieder diese Dattel, und ich meine, die Kiki zum Beispiel verkauft ja auch diese Mechur-Dattel in ihrem Shop, aber ich finde, dadurch ist halt so ein Dattel-Hype entstanden, weißt du, dass dann, ich meine, ganz ehrlich, sei mal ehrlich, ich meine klar, also alle, die fasten, für die, die Dattel ist ja was Heiliges, keine Ahnung, ist wahrscheinlich, wie wenn die Katholiken ihr, weißt du, die Oblatsch, die Hostie kriegen, und die machen ja auch bei Ramadan, dann tun sie sie entkerne, machen dann doch Creme rein, Schoko rein, Kokosflocke rein, Wazipal rein, traditionell ist das ja nicht, normalerweise kommt doch, glaube ich, nur Nuss rein und dann wird es gegessen, so kenne ich das. Zum Fastenbrechen kommt gar nichts rein, da essen die die eigentlich pur, aber dann als Nachtisch, genau, machen die dann nur Nuss rein und was weiß ich, aber ich glaube, dadurch ist halt echt so eine Art Dattel-Hype entstanden, weißt du, so irgendwie, keine Ahnung, habe ich so das Gefühl einfach, dass halt viele Food-Trends halt schon davon kommen, was halt ist logisch, was die ganzen Food-Blogger so halt bloggen oder was da halt bei Ramadan Daily oder so sich zum Beispiel, ich finde es immer so interessant, das nehme ich jetzt nur wahr, bei den, sage ich mal, also, sagen wir jetzt Türke, ja, jetzt ohne das Negativ zu meinen oder so, wenn du einer so einen Trend setzt, dann machen das alle, weißt du, weil ich gucke ja gerne dieses Ramadan, Daily, auch wenn ich okay Moslem bin und nicht fast, aber ich finde es echt schön, weil ich mag das auch, wie die das halt so, was die dann kochen, so Besonderes, weißt du, die tun dann so 30 Tage so wirklich zusammen, das esse, ich finde es einfach schön, ne, und was die so kochen, aber du siehst dann, zum Beispiel, letztes Jahr, hatten die irgendwie alle den Hype mit diesen Lotus-Keksen, weißt du, diese Lotus-Kekse püriert, dann mit diesem Cheese irgendwie und dann noch diese Lotus-Creme drüber, ne, so das, und dieses Jahr, glaube ich, haben die alle so ein bisschen den Pistazie-Hype, also ganz viele machen doch viel mit Pistazie dann und Pistazie-Creme und Pistazie-Mousse, ne, Also das finde ich dann halt immer so lustig, dass halt wie so ein Trend dann immer entsteht. Aber ja, im Gottes Wille soll die Pamela ihr Dattel essen und der Anna sein Süßstoff, also... Ja, also die Pamela erklärt halt, dass die Dattel hier halt auch gesund ist. Da hat sie aber recht. Also du musst, man muss da halt recht, ich meine, klar, ob ich jetzt sechs Dattel essen muss, ist natürlich wieder was anderes. Ne, ne, die backt ihr doch damit. Ach so, okay. Statt 200 Gramm Zucker nimmt die sechs Dattel. das, was ich vorhin erklärt habe. Ja. Ne, ne. Aber das ist ja dann auf jeden Fall besser, wie wenn der Anna sagt, ich muss Süßstoff nehmen, ne. Also vom Gesunde her sehe ich jetzt, ne. Klar, von der Kalorie her. Ja gut, also vom Gesunde... Das ist halt die Frage, ich bin halt kein Biolog oder wer muss denn das, so biochemische Reaktionen, keine Ahnung, weil du musst halt wissen, wird das danach in Zucker umgewandelt, weil Kohlenhydrate wird irgendwann Nahtzucker und Zucker ist Zucker. Stimmt. Ich muss halt wissen, wie setzt das den Körper um und das kann ich jetzt nicht sagen, deswegen kann ich mir darüber kein Urteil bilden. Ja, das stimmt. Also doch, also passierst doch, muss jeder fast nicht wissen, denke ich mal. Ja. Ich finde Süßstoff, also ich denke Süßstoff, braucht man nicht drüber retten, auf Dauer oder auf Masse, das Ganze da über, wird das auch nicht gut sein, weil es ist immer so, es ist Woi, egal, Woi ist auch nicht gut, wenn du Piffchen trinkst, ist gut. Wenn ich jetzt so einen Spritzer Sirup reinmache, äh, Mohl für einen halben Liter, ist es wahrscheinlich nicht schlimm, wenn ich jetzt drei Liter am Tag Sirup sauf, wird es vielleicht irgendwann ein Problem geben. auf Dauer. Ich denke, es macht die Jahre dann, weil ich meine, ich sage mal so, wir sind in der Generation groß geworden, muss man so sagen, also ich zumindest, wo Süßstoff total gehypt wurde, ne, also auf Emo war ja nur noch, äh, Cola-Light, Dies-Light, Des-Light, Natrén, äh, keine Ahnung, ja, aber im Endeffekt, du machst dir halt oder mit deinem Insulin-Haushalt kaputt, das ist ja nachweislich so, ich meine, Süßstoff ist für Diabetes, ist es ja genauso, wie mit dieser Elon-Mask-Spritze, brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, ach, das ist für kranke Menschen gemacht und nicht für Leute, die mähnen, sie müssen jetzt abnehmen, ja, und es geht einfach, ich würde mir den Körper kaputt machen dann, könnte ich das gar nicht nehmen, weil die Leute, nämlich wirklich innerhalb von einer Woche acht Kilo oder so, ach so, ne, dann sterbe ich, ja, also wirklich, das kann passieren, ja, das meine ich, ja, das kann passieren, weil das halt einfach auf die Organe und auf alles geht, ne, also das ist richtig kritisch zu sehen, deswegen, ja, alles, ja, klar, alles mit Maß und Ziehen, natürlich wird man nicht sterben, wenn man nur Cola Light trinkt, ne, um Gottes Willen nicht, ne, aber wie gesagt, halt jahrelang Dauerkonsum, kann halt in Spädamo, weißt du, Spädamo, rechnet dann halt keiner mehr damit, ja, weil in C-Jahr huscht dann irgendwas, ah, wo kommt denn das jetzt her, weißt du, aber kann halt dann von sowas kommen, ich meine, so wie natürlich auch jedes Medikament eine Nebenwirkung hat, weißt du, ist einfach so. Ja, man sollte es halt nicht unterschätzen, also man muss halt schon dran denken, was sich da macht, wenn du das dann für dich entscheidest, dass das für dich okay ist, weil du jetzt so aussehen willst und es dir egal ist, was in 20 Jahren ist, dann ist es ja okay, dann kannst du es ja machen, aber es muss halt jeder für sich, aber wie gesagt, mit dem Zuckerthema, da hatte man ja auch schon Mut drüber, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema und das muss halt jeder für sich wissen, aber Zucker ist halt scheiße, Punkt. Ja, das stimmt. Aber ja, also die Pamela nimmt halt auch viel mit Beere und so, Beere sind bei der, dann Beere, Bananen und das war auch bei der Sophia Thiel so und das ist bei allen Spottlern so, alle Spottler essen Beere und Bananen, das ist bei deiner Seele. Das ist irgendwie so Eugefleisch, weil auch durch die Bananen mit dem Magnesium und so, das brauchen die halt auch. Oder halt auch Apfel. Ja, aber das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen, also klar, die machen dann vielleicht mal so, an Weihnachten so ein gefüllter Apfel oder sowas, das muss sie dann anders machen, so wie wir dann ändern, dass es dann doch wieder irgendwie ein bisschen gesünder ist, ne, so. Aber das ist halt auch gut, weil die Thiel, die Sophia Thiel und die Pamela Reif, die machen halt auch manchmal so Rezepte, die sind halt relativ easy, das muss ich schon sagen. Also gerade die Pamela... Gibt es bei der Thiel auch so Rezeptbuch oder wie ist das? Weiß ich nicht. Aber früher, die Däheri-Sache waren auch nicht so schwer zu machen. Also das waren in der App dann die Rezepte von ihr. Und bei der Pamela gibt es die auch in der App, die Rezepte, aber es gibt auch diese Kochbrüche. da ist das Kochbuch dann, ja, aber die Pamela macht ihr zum Beispiel auch ihr, ich weiß gar nicht, wie das heisst, wie heisst denn das? Granola. Ah, okay, macht sie selber dann. Macht sie selber, ja. Und ich glaube nicht mit Zucker, ich weiß nicht, ich glaube, du nimmst die aber auch so einen Ersatz, Xylit oder so. Mhm, mhm, ja, Birkenzucker. Zucker, ja. Ja. Oder Erythrit, ich weiß es nicht. Ja. Aber so ein bisschen, ich meine, du kannst ja so Hava-Flocke-Donut einfach so dauern, also ganz ehrlich, auf Dauer. Aber das ist das, du musstest ja auch, das ist das, aber warum die wahrscheinlich noch erfolgreich ist, die hat auch süße Sache. Die Leute wollen das nicht, nur dieses Diät-Zeugs und nur pur und raw und was weiß ich, das willst du auf Dauer nicht, weil wir sind so nicht groß geworden. Ja, da gibt es welche, die essen nur raw, gell? Ja, also ich kenne zum Beispiel Annie, die war mit mir in der Schule. Ja. Wenn die Burger gegessen hat, die hat gesagt, ich kann das nicht essen, weil ich muss dann brechen, mir wird schlecht, weil die das nie gekriegt hat. Okay. Nie. Wenn die so, die hat nur, die hat auch ihr Pausebrot gehabt, aber die hat dann immer noch Gurke, zum Dippen und so ein Scheiß, was ist Scheiß, aber für mich war das damals Scheiß. Ja. Weil ich gedacht habe, so Öko-Tante, so. War immer neidisch, also nicht bis neidisch, aber ich fand es immer so fancy, wenn die Kinder dann so Kohlrabi gegessen haben und so, habe ich mal gedacht, oh. Ja, also keine Ahnung, es ist nicht meins, ich esse keine Rohkost. Ja, ich fand es immer voll schä. Ja, und dann, ja, aber ich kann das, sage ich so, selbst wenn ich es esse, die dich das nicht mit in die Schule nehmen, soll ich das, sage ich so. Nee. Der Duft, wenn du die Brotdose aufmachst und das alles schon so ein bisschen geschwitzt hat, du kotze ich dir. Heutzutage gibt es ja richtige Brotdose Kunstwerke. Ja, aber es ist warm, du musst da noch so Kühlblatt drin sein. Du, ich glaube, es gäbe es sogar, ich glaube, ich habe das gesehen, dass die wie so ein Täschchen haben, wo dann wie so ein Kühlakku noch reinkommt. Ja, dann geht's. Es gäbe die Leute, die machen so richtiges Meal Prep für die Kinder dann, ne? Ach, das macht die Pamela und die Sophia hatten es damals einmal gemacht, Meal Prep, das fängt bei denen dann auch so auf. Ja? Ja, ja, Meal Prep. Ja. Also es ist ja cool, aber, ja, ich meine im Gottesdienst, eine eigene Meal Prep machen. Ich finde es schon auch cool, aber es ist schon krass aufwendig. Meal Prep? Ja, also ne, wenn die das für die Kinder machen, Ach so, ja. Die machen ja dann mit so Arke und Sternenscheher. Zum Ausstechen und so. Also es ist schon krass, was es so alles gibt. Ja, ich finde es schei, ich finde es schei. Auch zu gucken, selber denke ich mir immer, ich glaube es hat es. Also ganz ehrlich, bei mir gab es mal so Pausebrot und noch was Süßes drin, das langt genauso. Ich weiß dir, bei mir waren die Leute, alle Kinder waren neidisch, ich hatte das geilste Brot, weil ich hatte mehr Belag drauf als Brot. Beste. Ja. Das war das Brot ohne so, ob es so und dann lag so zwei Scheiben Käse drauf, und wenn es dann noch geklappt war, sah das wie vier aus, also geil. Die waren alle neidisch auf mein Brot. Die hätten gern mein Brot gehabt. Das war immer so geiles Brot. Aber ich war ja schon immer so ein ganz komisches Kind. Ich habe normales Brot gehasst. Ich wollte immer so Könner, voll aus Könner, immer schon, immer. Also deswegen, ich habe mich noch nie, als Kind, ich habe gar nicht so schlecht gegessen zum Frühstück, weil wenn du so Brot reingst, also klar, Brot ist immer nicht so gut, wegen Kohlenhydrat, aber ich habe schon immer viel Sport gemacht. Und ich hatte immer ein Könnerbrot, immer, und das war fast nur Könner. Ich liebe das. Du gibst es auch, wie heißt es, das Kerni oder so heißt es. Kerniges, wie heißt es denn? Ah, ja, stimmt. Bäurer, Bäurer. Ja, ja. Die Bäurer, die kleine, die sind so oval. Ja, die sind gut. Kerniges. Das wurde ich mir heute noch, weil das ist das Beste. Aber zum Beispiel, mein Freund, der mag das gar nicht, weil, wenn du so die Butter schmierst, dann, das ist ja fast nur Könner, das präkelt dann auseinander. Du musst vorsichtig sein und dann musst du auch ganz vorsichtig essen, weil es bricht sonst. Ja. Weil es fast nur Körner sind. So geil. Das stimmt. Gibt es. Das beste Brot ever. Ja, das stimmt. Also von der Art, wenn ich es rumdrehe, ich habe es noch nie rumgedreht, weil es wahrscheinlich nicht das beste Brot ever sei. Aber, obwohl, da sind ja nur keiner drin. Aber ich denke, ein bisschen Zucker und so zeigt, weil du auch drin bist. Wie überall. Ja, aber wenn die Zvedo Meal Prep gemacht haben, haben die dann so richtig Essung, also so warmes Essung danach gemacht? Nee, mehr so kühle Sachen, wie so Salate vorbereitet, in so Dose, in so. So hat es dann angefangen mit den Gewürzen, mit den Gläsern, dass man die mitgenommen hat. Das war ja auch 2012. Ach so, diese Eimach-Gläser, Ado. Ah jo, stimmt. Dann hatten die doch immer so Nachtische Gemihlpreppt oder ja, ich glaube, die hatten auch mal was Warmes, dass sie das dann mitgenommen haben. Also schon in den Kühlschrank dann, aber am nächsten Tag dann auf der Erde in die Mikrowelle oder so haben sie es dann präsentiert. Ah. Ja, in Asien gibt es ja extra so solchen Saat. Das ist wie eine Tammusflasche, da kommt aber Essen rein. Weil die Kinder, Ja, weil die Kinder in der Schule Ja, genau. Die essen ja warm, die essen ja okay Brot. Das gibt es nicht bei uns, Brot. Ach, dann müsste ich mal vielleicht mal sowas kaufen. Ja, meine Mutter, die habe ich am Sonntag, war das am Sonntag? Ich glaube, am Sonntag habe ich mit meiner Mutter telefoniert, war es morgens um 10, ne? Und dann war ich am Kochen halt schon und dann hat sie gesagt, nee, dann hat sie gesagt, was kochst du? Dann habe ich gesagt, ey, ich mache Hühnerfricker-See, ne? Dann habe ich gesagt, ja, was kochst du? Ah, ich habe schon gegessen. Ich sage, hä, was hast du schon gegessen? Gebratene Nudeln? Du warst 10 Uhr, du hattest schon gegessen. Moin, zum 8 gebratene Nudeln. Ja, weil meine Mutter esst halt auch überhaupt mit dem Brot. Aber ich sage da so, wie es ist, Jenny, das ist doch, ich weiß es, also gut, ich denke, es kommt immer noch mal drauf an, so gerade Nudeln, Kohlenhydrate, ziehe ich hier wieder den Blutzuckerspiegel hoch. Aber ich sage mal so, guck mal, die Asiate, die urische Asiate, da gibt es keine Dicke. Also kann das ja gar nicht so schlecht sein, was ihr esst. Wisst ihr, was ich meine? Das gibt es gar nicht. Oder dieses Süppscher, du meinst, das gibt es gar nicht. Das essen ja die Japaner, die essen ja auch Ramen, oder? Das ist doch japanisch. Ja, alle und die sind alle... Koreanisch. Ah, korea, ich dachte, das ist japanisch, die Nudeln in der Ressource. Ah ja, okay, gut, ne. Also es gibt verschiedene, es gibt auch koreanische. Ja, achso, das wusstest du nicht. Aber es gibt auch chinesische, also man esst halt bei uns warm, es gibt nicht Brot. Also zum Beispiel, es war so witzig, wo wir in Malaysia waren, hat mein Cousin uns mitgenommen zum Frühstücken. Und der hat uns in so eine richtig urische chinesische Hockerstore bei uns genommen, wo die Leute... Hockerstore hieß das. Und wo die Leute halt hingehen, nur der Disco, also so Katerfrühstück, Sonntags, ne. Und dann isst du halt so richtigi Schüssel-Supp. Ja, also Schweinefleisch-Supp. Also du würdest, weil ja, Chineser essen Schwein, klar. Achso. Ne, du wurdest richtig so... Aber ich kenn gar kein Schweinefleisch. Also du wurdest, ja, du wurdest Schweinefleisch in der Suppe halt gekocht. Dann hast du halt die Suppe und dann kommst du halt frisches Gemüse rein, ein paar Nudeln und so, ne. Und der, und die Delikatesse dort dran ist, dass du dir noch pures Fett, also so Fettwürfel, ja, so richtige Fettwürfel, so Speckwürfel, komm dann in so ein Schälchen und die machst du dann in die Suppe, nein, ess ich das, ne. Also ich kann das auch nicht essen, überhaupt gar nicht, ne. Ich esse das überhaupt nicht, ne. Auf jeden Fall. So ein Geschmacksträger halt, ne. So, jetzt stellst du dir den Dommer vor, in der Mitte von lauter Chinesen. Weil die Malaise ja so islamisches Land, das ist ja wirklich nur für Chinesen, ne, wo das Schwein halt gibt. Auf so einem Plastikhäckerchen, aber so Plastikhäckerchen ohne Lehne, an so einem Plastiktisch, der schon wackelt und du isst dann aber auch, weißt du, du isst nicht sauber, wie bei uns in einem Restaurant, du isst dann halt, also nicht, dass er dreckig ist, aber wie soll ich denn sagen, ah, es ist halt, also der isst dann halt so, wie wenn du dein Tisch auf dem Balkon das ganze Jahr stehe losst, weißt du, dann hat er ja wie so Spuren, ne. Und ich sag, okay, das steckt drauf und nix. Und auf dem Plastikhäcker, da hockst du halt auch Schäpp irgendwie auf dem Beton und so, ne. Also das ist halt im Freien, ne. Dann kommt die Suppe und wir essen halt ich, ne. Esst dann halt, mein Cousin esst und dann hat mein Cousin das Fett und dem gefällt es voll, ne. Also der isst das halt gern. Und so, man guckt so, und das hat mein Cousin gesagt, es ist Fett nicht. Ne, hat er gesagt. Und der, oh, uh, zwischendurch hat noch mehr gegessen. Und da hat er gesessen und hat er gemacht, Samo, kann man nicht einfach nur ein Brot zum Frühstück essen. Ja, also ich muss das da auf Dauer wenn man das glaube ich also auch bringen kann. Also der konnte es überhaupt nicht essen. Also wir sind dann noch extra, wo Anna ist da hier, wo er dann was essen konnte. Aber du gabst halt Akebrot, das war dann halt, das war indisch, du gabst dann Roti. Also so, ne, indisches Brot mit Currydip, ne. Das hat er dann halt gegessen. Ja. Also, ja. Ja, also so sind halt, zeig ich mal, die Sitte an der Star und dort, wenn die Meal, die machen immer Meal Prep, aber wie gesagt, die nehmen dann halt wie Thermosfleisch mit und du hast aber halt Essen drin. Dass es halt noch warm ist und das essen die dann. Aber ich hab das hier in Deutschland tatsächlich auch schon mal gesehen, dass man das bestellen kann, so so Thermos-Ding. Ach so, ja, so ein Grau. Ich glaub, ich hab das schon gesehen, es gäbe da ein Rosa. Ja, ich hab das auch im Letz gesehen mein Rosa, hellblau und Mint oder so. Ja, ja, ich hab das im Letz auch gesehen, ja. Aber das wär doch auch was für den Angelo, für den Erwitt. Stimmt. Kann er seine Tika mitnehmen. Ah jo. Ja, müsste man mal gucken. Ich glaub, ich hab auch von My Müsli sowas, aber für für den Porridge dann warm zu essen, das ist aber wie so, Klärwischo, gibt's doch diese Müsli-Schale to go. Diese My Müsli, Müsli-Becher to go und das hab, ich hab Ernst, das ist für warme Sache und ich denke, es ist für Porridge, weißt du, dass du Porridge halt warm essen kannst. Ich hab's noch nie benutzt, ich muss es mal, muss es mal gucken, in meinem Schrank, was ich da alles find. Aber ich mein ja, ich hab das sowas für warmes Essen. Aber halt so, klär, weißt du, du kannst jetzt kein Essen rein machen, das ist wirklich so für Porridge, ne? Ja. So wie diese, du hast doch auch diese Müsli-Becher, weißt du, to go. so, ja. Aber stimmt, du kannst recht haben, dass damals mit denen dann, Dann hab ich von dir den Müsli-Becher Ja. Ich glaub, dass es damals so rausgekommen ist, oder? So dieses, also ach, dieses Müsli-to-go durch vielleicht, die Pamela-Reif und die Sophia Thiel auch, ne? Wenn die so viel Meal-Prep so gemacht haben. Kann schon sein, ne? Es war so der Trend dann, dass man halt das Müsli sich to go mitgenommen hat und das Porridge und so. Ja, wann ist denn das losgegangen mit dem Porridge? Das war doch vor zehn Jahren ungefähr, oder? Wo das dann auf einmal so gehypt war. Porridge? Ja. Schon so lang? Nicht so lang, meinst du? Acht Jahre? Diese Bowl-Scheiße gibt's doch jetzt echt so fünf Jahre. das gibt's echt, ja. Ja, aber du warst doch auch mit deiner Porridge, oder? Aber du hast nicht auch gesagt, die Pamela Reif macht viele Bowls? Mhm. Ja, ne? Ja, aber die macht so Fruchtbowls, deswegen. Aber ich glaube, die macht ja alles. Aber echt so an sich Bowls? Porridge, ja, aber ich packe halt kein Gansi, ne? Nee, also ich meine, es gibt doch auch dieses richtig so Bowl, wo dann Reis drin ist und Salat und was, also so, weißt du, so dieses... Beantworten, du kannst dir die Frage schon selber beantworten. Salat. Ja, das stimmt. Aber wir waren auch mal in diesem Dean und David in Lautre. Oh, Dean und David, hasse ich. Du gibst ja noch nichts für mich. Der Dommer hasst es auch. Das ist doch Hasefutter, jetzt mal ganz im Ernst, also, das ist ja nur Rohkost und ob er drüber hasst du dann so ein bisschen, du bist ja, also ich geht mir jetzt nicht drum, weil ich jetzt Fleisch essen will, ich kann auch ein Bowl so essen, aber das ist alles kalt. Wenn die mir die Pilze wenigstens noch abroten, den Kotzen, ging es ja noch, mit Reis und Pilze und so, den ich sofort esse, weil wenn ich mir mal Asian Bowl mache, die esse ich halt, die ist dann so lauwarm wenigstens. Ja. Ja, also, der Dommer fand das auch katastrophal, war für ihn auch nichts. Ja, aber was würdest du jetzt da, Sophia Thiel versus Pamela Reif, also sprechen dich beide gleich, oder sagst, du findest Annie besser wie die Anna? Also, die Sophia Thiel ist einfach nicht mein Ding mehr so. Von der Persönlichkeit mag ich die wirklich sehr, aber ich kann mich mit ihr nicht so identifizieren, weil die halt mehr auf dieses Bodybuilding und ich will halt eher so dieses Prinzessin-Zart, also selbst auch die Pamela bin ich nämlich so der Fan davon, weil ich so nicht aussehe, ich werde so nicht aussehen, ich will auch so nicht aussehen. Ich muss kein Achtpack haben. Ich bin ein Achtpack. Ah ja, Acht statt Sechs. Haben schon gesehen, echt? Doch, ja, mein Kampfsportlehrer hat ein Achtpack gehabt, aber der Achte, bis der kommt, die unterste Zwei, du musst du wirklich, so wie der Marti, der hat glaube ich auch ein Achtpack gehabt. Echt? Ich meine schon, müssen wir mal gucken. Du musst du nämlich nur essen, also weißt du, essen trainieren, essen trainieren, essen trainieren, das ist blöd, also sagen wir ganz im Ernst. Also wirklich, jetzt muss man weg, also welche? Nee, bin ich raus. Also du würdest jetzt sagen, beide sprechen dich nämlich Acht, oder doch? Nimm ich so, also wenn dann eher die Pamela, ja, weil ich die einfach schärfe, ich finde die so vier Acht, aber die Pamela spricht mich dann eher ein bisschen Acht, so mit ihrer Art, weil die so weiblich ist, so feminin, das mag ich doch eher so. Ich will halt auch so zartes Pflänzchen sein, vielleicht deswegen. Und wer würde dich jetzt Acht sprechen, oder wer spricht dich jetzt Acht? von so Frauen, oder hast du gar keine, wo du sagst, nee, ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf die ganze Weiber. Also ich sage das so wie es ist, ich mache wirklich so ein bisschen Social Media Detox. seitdem ich da auch nämlich so gucke, bin ich ja gar nämlich so, also so vernaht da irgendwie. Ist aber auch nicht schlecht. Ja, ich ertrage das auch einfach nicht mehr. Das ist so, wenn du das dauernd vor der Nase siehst und du weißt, dass du eh nicht so aus, oder was heißt eh nie, das ist ja Quatsch, aber ich habe halt keine Lust, die sehen nur so aus, wobei ich doch ja, klar, was wir schon mal gesprochen haben, da dommern ich, dass die so trinken, Teig trinken und so, spülen mit Salz, was weiß ich, was alles, ich will das nicht, weißt du schon, das ist einfach achte Leute, was vorgespielt. Weil ganz ehrlich, so viel wie die isst, oder was die dort zusammen schabelt, von der Kalorie her, ich weiß, je mehr du trainierst, das ist vielleicht für sie gut, weil die fünf Stunden haben da trainiert und dann auch wirklich auf die Muskulatur und das, damit sie so aussieht, aber für einen normalen Mensch, der seinen 9-to-5-Job hat und du acht Stunden sitzt, der wird so nicht aussehen, niemals, weil das ist auch strengend, das ist ein Job, so auszusehen. Natürlich, um Gottes Wille, also. Und das ist schlimmer, wie am PC zu sitzen, wahrscheinlich, weil du bist so selbstkritisch dann auch mit dir, deswegen arbeite so fiatil, dass das irgendwann, das geht irgendwann, ja. Ich sag mal, die Pamela ist vielleicht auch ein bisschen mehr behütet und weil sie wohnt noch daheim, sie hat ihren Bruder, wie gesagt, die Anna hat ja auch ihre Familie, aber die war so aus dem Nix, die wollte das gar nicht und wenn du die auch guckst, wie sie früher war, die war so ganz schüchtern, glaube ich, eher so Person, die hat sich doch nicht dabei gedacht und dann ist es so durch die Decke gegangen. Ich gönne es der Freio, nur um Gottes Willen, so soll es jetzt nicht. Aber du willst jetzt keinen Kalender mehr von ihr. Ach, ne, ich weiß auch nicht. Ja, also man muss dazu sagen, ich freue mich. Aber die Kalender sehen halt immer so süß aus, weil die macht sich so viel müde, die Freude. Also man muss sagen, die Chalima war ein krasser Pamela-Rei-Fan. Also so krass, dass sie sich sogar ein Buch von ihr gekauft hat und sie mag gar keine Bücher. Also, muss man wirklich sagen, also wir haben ja wirklich, wenn man mit der Chalima trainiert hat, haben immer ihre Trainingsvideos gemacht, gell? Also das war schon der übelste. Also die Chalima war schon ein Fan, muss man sagen, ne? Und jetzt, dass du jetzt sagst, okay, du bist gar nicht mehr so, also das ist schon... Ne, ich bin, ich, ja, also klar, ich habe immer noch meine Problemzone. Ne, also dass du sie nicht mehr so als Idol, weil du hast sie ja schon auf so einen Sockel gestellt, das ist nicht so. Also... Ja, ne, weil es einfach, keine Ahnung, ich will, ich, ich merke einfach, je mehr ich mich von so Sachen distanziere, desto mehr finde ich mich selber scher. Das ist schon nur gut, die Erkenntnis. Also klar, ne, ich habe immer noch mein Problem mit meiner Bricht und so, also, ne, da habe ich halt einfache Probleme, aber alles andere ist so, ist so, dass ich halt mittlerweile wirklich sah, vielleicht ist das das Ü30. Es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ne, das ist jetzt das Ü30. Ne, nicht die wichtige Dinge, sondern weil ich halt einfach denke, ich habe mich schon nicht selber gemacht, was soll ich denn jetzt machen? Weil, wenn ich mich selber gemacht hätte, dann hätte ich mich so klein nach dem Katalog, so wie ich es gerne gehabt hätte, hier gemacht, ja, habe ich aber nicht. Ich habe auch keine 50.000 Euro, wenn du irgendwelche, mich komplett einmal umändern zu lassen, falls es dann überhaupt lang. Ja, und ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, der gerade abläuft, dass ich halt denke, ich kann es nicht ändern. Und ich will sagen, also manche Dinge will ich vielleicht auch einfach gar nicht ändern, wo ich jetzt so gerade in den Übergang komme, wo ich einfach denke, ja, okay, ich bin halt so und das sind meine Ecke und Kante und ich sage zum Beispiel letztens hat zum Beispiel jemand zu mir gesagt, ne, stimmt, die Aki war das, die Aki und es haben jetzt aber schon ein paar Leute zu mir gesagt, hä, wieso, aber du siehst doch total exotisch aus. Ja, das stimmt. Ja, ich sehe auch, also wenn ich wische so, das stimmt, ich sehe ja nicht aus wie die Emma von Neweau. Das stimmt. Und deswegen, ich muss eigentlich gar nicht so viel machen, es langt, es ist okay so, ja, also wie gesagt, vielleicht mal bricht und die Aare ringt, aber ich würde jetzt wirklich mich jetzt nicht unter das Messer lehlen lassen, weil ich zwischen die Bär ein bisschen Speck habe oder was weiß ich, so jetzt ein bisschen Spappel am Ellbohr oder so, weil ich jetzt so abgenommen habe, das würde ich jetzt nämlich mache oder Fett absauge, ich würde jetzt einfach so belassen, das ist jetzt halt so, ich kann es jetzt nicht ändern, ich gucke, also was ich, ich kann es nicht ändern, es ist so okay, so wie es jetzt ist und ich muss es einfach akzeptieren, Punkt. Also, ich kann ja aber findest du, also 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 findest du, dass du die Pamela reif toll fandst, dass du dich immer schlecht gefühlt hast, weil du sie so schäf fandst oder irgendwie so Nee, sondern einfach allgemein diese Influencer, allgemein, sorry, der schlurft, deswegen, diese Influencer, die, die, die stellen einfach was da, was ein normaler Mensch, jetzt irgendwie, irgendwann mal kommt, was ein normaler Mensch einfach nicht leichter kann mit seinem Job. Selten. Es gibt bestimmt Leute von der Genetik her oder die, die ziehen so einen Plan und die leben das voll, aber ich geb denen dann 10 Uhr und dann hat es ja wieder erledigt, weil du ziehst einfach nicht durch. Und die Pamela, das ist halt ihr Job, das ist wieder was ganz anderes, die sieht es ganz anders, ihr Körper ist ihr Kapital, aber mein Körper ist mein Kapital im Sinne, dass ich noch Leistung bringe. Ja. Deswegen, und wie gesagt, das sind alles so Ideale, es sieht, ja, die hat jetzt wie gesagt genetisch vielleicht Glück gehabt, aber das ist Annie von 500 vielleicht oder von mir aus von 300 nur und deswegen, ich muss, deswegen habe ich gedacht, nee, ja und seitdem ich mir so viel über Werte Gedanken mache, denke ich halt, ja, ich habe halt andere Werte und andere Dinge, die vielleicht wichtiger oder schöner sind, wie jetzt ein Sixpack zu haben. Weil das kann sogar jeder Dummkopf kann sich ein Sixpack auch trainieren, aber nicht jeder hat das, jeder hat die Werte und die Gedanke, die ich habe, die mich vielleicht dann irgendwo besonders machen. Das stimmt auf alle Fälle. Also ich persönlich... Das hätte man glatt verfilmen können, Ewa. Microphone Drop. Mic Drop, das wäre dann meine Rede für den Double Diamond. Ja, also auf jeden Fall, ich muss sagen, also ich muss sagen, keine Ahnung, ich habe mich mit beiden Damen ehrlich gesagt gar nicht beschäftigt, also mit ein paar Meter Reif nur durch dich, weil du die, sag ich mal so, gehypt hast, ne? Sie ist auch eine ganz süße Person. Als Mensch finde ich die ganz toll. Ja, wie wir halt so die Videos von ihr gemacht haben auch. Mit der Sophia Thiel habe ich mich gar nicht beschäftigt, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo die rauskam, habe ich gerade wieder irgendeine andere Diät gemacht, aber nicht ihre, und ich persönlich konnte mich mit diesem Thema Bodybuilding halt auch noch nie wirklich, also, wie sagt man, identifiziere so. Jetzt hat, nachdem sie ihr Comeback gehabt hat, das habe ich auch durch dich eigentlich gewusst mit dem Comeback und durch die Dommer, weil jedes Jahr alles diese Sportbranche du verfolgen hast. Ja, wir hatten das, ich glaube, der Dommer, wir hatten nur drüber erzählt, gell, der Dommer. Ja, weil ich persönlich folge ganz andere Influencer, also ich habe mit diesem ganzen Sport, Fitness, Influencer, gar nichts am Hut, und ja, dadurch hatte ich das verfolgt, muss aber sagen, wie gesagt, also dieses Statement von der Sophia Thiel und wie die das jetzt so durchzieht, ich finde es richtig, richtig stark und ich habe mir, wie gesagt, ihre Roomtour angeguckt und ich finde, sie ist, wie sie ist. Das finde ich eher sympathisch, dass sie nicht so aufgesetzt ist oder so, sondern dass sie ganz normal ist, wie sie ist. und die Pamela Reif kann ich wirklich nicht so viel dazu sagen, weil ich kenne sie eigentlich nur aus deinen Videos, die du mit uns gemacht hast und das war mir zu krass, definitiv, ja. Aber selbst ich bin ja bei der Aufhänge abgekackt und ich stand schon, seit ich drei Jahre alt bin. Ja, also das war mir schon ein bisschen krass. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ja, sie wirkt so sympathisch, aber es ist halt überhaupt nicht der Typ Mensch, der mich a-spricht, muss ich halt sagen. Also so dieses ganze, ich werde um Gottes Wille so hübsches Mädchen, um Gottes Wille hübsche Frau, das, was sie macht, finde ich auch alles gut, aber es ist jetzt nicht so das, was mich persönlich a-spricht, weil so dieser Typ, ja, Frau wahrscheinlich einfach nicht so meins ist, ich weiß es nicht. Aber ich finde, es sind beides zwei grundverschiedene Frauen und würde aber behaupten, mit Sicherheit ist es vernünftiger, denn beide zufolge und zu sehen, was die machen und mit Sicherheit liefern die beiden einen Mehrwert. Also egal, ob durch die Sport, durch dieses ganze Sportübung, was die vermitteln, durch die Rezepte, durch die Ernährung, vor allem beides ist ja gesund, egal wie jetzt, ja, also immerhin besser, wie jetzt jemand zufolge, der nur Burger macht oder so, ne? Also finde ich, sie liefern schon einen guten Mehrwert auch für die Gesellschaft, ne? Wobei natürlich, wie du sagst, könnte natürlich auch kritisch sein, weil manche sich dann, wie du halt, versuchen zu identifizieren und kommen nicht da hin. Aber ich sage mal so, nichtsdestotrotz finde ich, sie liefern schon einen guten Mehrwert, ne? Also ich finde beide okay. Wie gesagt, beide in einem anderen Verhältnis, aber ich finde beide ganz gut, muss ich sagen, so. Aber es ist beides nicht so meins, wo ich jetzt so folge, muss ich sagen. Ja, ja. Aber gut, bei mir ist, ich folge halt auch eher Leute, die so ein bisschen was mit zum Thema, was soll ich sagen, Mindset machen oder auch zum Thema Spiritualität, umdenken, ne? So anders denken, also ich glaube, das ist eher so mein. Also ich habe glaube ich einen Fitness-Influencer, habe ich nur die Pamela drin und noch zwei oder so. Oder ich mag natürlich das Thema Backen und Kochen, da kommen wir ja dann vielleicht auch demnächst mal drauf, ne? Also so das Thema Kiki und Sally und wie sie alle heißen. Ich glaube, das ist so eher dann auch mein Thema, weil ich halt gerne Backen und Koche. Aber ja, so heute geht das ja auch immer. Das ist ein Thema, ne? Ja. Dann würde ich sagen, es war wieder ein cooler Podcast zum Thema Sally. Ach Sally, wollte ich sagen. Zum Thema Pamela versus Sophia Thiel. Und wenn ihr Meinung dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht sagt, andere Menschen wären auch interessant, da könnte man mal drüber sprechen. Auch gerne immer Tipps und Ideen. Und ja, dann hören und sehen wir uns nächste Woche, würde ich sagen, gell? In diesem Sinne. Tschüss. Auf Wiedersehen.